Der zweipolige Spannungsprüfer ProfiPol Plus von Benning besitzt im Vergleich zum Vorgängermodell, dem ProfiPol, eine Vielzahl an neuen Funktionen und Verbesserungen. Neben der Funktion zur Spannungsprüfung von 12 bis 690 Volt gleich sowie Wechselspannung verfügt er über folgende Zusatzfunktionen. Einpolige Außenleiterprüfung Polaritätsanzeige von Gleichspannungsquellen über die entsprechende LED-Anzeige Berührungslose Kabelbruchdetektion, die das Aufspüren von Kabelbrüchen erleichtert sowie eine akustische und optische Durchgangsprüfung, die auch an unter Spannung stehenden Teilen durchgeführt werden kann. Somit können beispielsweise auch Schmelzsicherungen im installierten Zustand auf Durchgängigkeit überprüft werden. Für einige Zusatzfunktionen sind die internen Mikrobatterien erforderlich. Eine zweipolige Spannungsprüfung kann jedoch auch mit entnommenen oder leeren Batterien erfolgen. Aufgrund des geringen Prüfstroms von weniger als 6 mA ist auch eine Spannungsprüfung gegen den Schutzleiter möglich, ohne dass eine vorgeschaltete Fehlerstromschutzeinrichtung auslöst. Des Weiteren erlaubt die Prüfgriffarretierung eine einhändige Spannungskontrolle an Steckdosen. Auch zum einfachen und sicheren Transport des Spannungsprüfers kann diese Arretierung genutzt werden. Der zulässige Spannungsbereich liegt nach Messkategorie 3 bei bis zu 600 Volt. Die hohe Schutzart IP54 erlaubt auch den Gebrauch in feuchten oder staubigen Arbeitsumgebungen. Der Profipol Plus stellt somit einen kostengünstigen und kompakten zweipoligen Spannungsprüfer dar.